Hallo liebe HSV-Fans, heute gibt es wieder mal etwas Schönes zu gewinnen. Heute gibt es einen unglaublich schönen Adventskalender und das Einzige was ihr dafür machen müsst, ihr müsst einen Begriff erraten, denn der ist ein Himmelskörper, der immer an Weihnachten auf dem Tisch ist und der gut dick macht. Viel Glück!